Musik Der Winter hat uns fest im Griff. Die ersten Zentimeter Neuschnee, die hat es in den Bergen ja schon gegeben und auch bis ins Tal hat es schon heruntergeschneit. Und so wie es aussieht, der nächste Wintereinbruch, der kommt. Schon am Sonntag soll es wieder schneien und im Lauf der Woche können durchaus wieder 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Typisch Österreich, aber bei uns ist es halt doch am schönsten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017